Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen, hier ist wieder euer Nutoka aufs Boot beim Minecraft Agrarian Skies aka der Creeper fliegt in die Luft aka Skysolated? Was war denn los, warum ist hier gerade ein Creeper in die Luft gegangen? Ich höre es zwischen. Aber ich logge noch ein. Was ist passiert? Achso, du logst noch ein. Du fällst gerade in den Tod. wie ist das denn passiert was war denn los das war tag der war eben noch nicht da beim ausloggen weißt du was ich gerade alles verloren habe ich habe es eben ich habe es gestern aufgezählt weißt du das noch was für ein auftakt was für ein auftakt mann aber weißt du was ich brauche kein teaser für die folge und weißt du wo ich gespawnt bin in der mitte ich bin bei braniac gespawnt bei schneckwald und braniac weil du dich das letzte mal da ins bett gelegt hast ja richtig ich muss sagen die haben eine schöne straße gemacht darf ich mich bei dem essen eigentlich bedienen keine ahnung eine pommegranate aber es ist ja nicht so schlimm die bienen hives können wir ja wieder kriegen soweit ich weiß ach die hattest du auch alle dabei tipptopp alle zehn natürlich ja im ernst so ernst im ernst wer rechnet denn mit sowas das tut mir leid aber ich habe da echt nicht mit gerechnet nach das ist die neue kiste die handelskiste haben ja die soll irgendwo an der kreuzung stehen es ist ein tolles schwert auch weg ja alles für den arsch die ganze rüstung hast du schon mal 20 meter durch den creeper geflogen so weit durch den creeper oder wegen eines wegen eines creepers 20 meter hast du mich fliegen sehen hast du mich fliegen nö ich habe nur auf der map gesehen dass du immer dunkler wurde ist und da habe ich halt gesagt okay er ist hinunter gepurzelt da kann ich aber echt nichts für ich war noch nicht mal eine gute art axt ich war noch nicht mal auf dem server und dann ist er explodiert das war ja was lernen wir daraus an einer sicheren stelle ausloggen warum gehe ich denn fast immer ins haus beim ausloggen klugscheißer ja aber es ist halt war das ist das ätzende klugscheißer ja ich weiß man jetzt bin ich echt gefrustet was alles weg ist jetzt wäre ich wenigstens hier oben gestorben und nicht runter gefallen hier ist wieder so ein klübwürmchen war hat mich glaub ich gerade wieder angegriffen ja klar da fliegt so ein klübwürmchen rum pass auf siehst du es ja das über über unser fresspalast kannst du bitte es abschließen ich meine die sind ja nichts zum schießen dabei die sind ja mich hat es gerade angegriffen also mich hat es definitiv angegriffen das kann ich mich nur so hierhin stellen stahl hierhin ich habe was für dich meinst du das verbessert meine stimmung ja auf jeden fall ja es fehlt noch der der hellen fehlt noch oder ja ich habe jetzt schon so viel wie mit einer eisen rüstung also ist niemand also stahl das kommt gleich muss gerade noch mal ein bisschen eisen nachmachen darf ich denn hier hinten was hinter dem restaurant wegnehmen dass ich mehr vor platz für den forrest habe die meinten die wegnehmen fresspalast fresspalast was sollst du wegnehmen stein ach so ja klar hier du wolltest doch ganz gerne ein zaubertisch bauen auch hier doch ein fettes haus hier machen wir dann ja wenn es soweit ist dann machen wir hier zaubertisch und homecraft sachen ein du stirbst ja eh alle paar level was ist wie komm her es ist mir da konnte ich jetzt wirklich überhaupt nichts für das folge war dass ich überhaupt zu fuß bekommen oder muss man damit bogen waren am besten ist bohren auch solche nicht in meine richtung ich stehe im arsch es ist mist wie muss ich jetzt echt den keller den bogen holen gehen wir müssen aber auch noch mal wenn du solche äußerungen hier sagst dass ich alle paar levels sterben dann müssen wir auch noch mal zusammenzählen wer die ganzen gefährlichen plattformen gebaut hat die gefährlichen plattformen ja außen wer hier weiter gebaut hat das darfst du nicht außer acht lassen so so du hast also alle plattformen nein nicht das ist interessant die meisten ja ja schwein schwein es ist so hallo ich habe ich habe ich habe bei der schmiede den scheiß gebaut ich habe ich ja nachdem ich dir gezeigt habe wie es geht ich weiß doch wie es wer war das was war das dieses drecksvieh ja ach macht kaputt macht das sieht witzig aus dass vor allem grün ist letztes mal das war doch irgendwie eine andere fahre das ist einfach nur das gerade den pfeil abgewehrt ist auch gerade genau es ist kaputt ich sage ein das war es über der überm abgrund da kann ich gar nicht einsammeln was braucht man das noch mal dass eine eternal essence da kann man ja doch stimmst ausmachen stimmt hat es letztes mal aufgeteilt ich entsinne mich naja so bringen wir den bogen noch mal rein hast du den bogen raus ja und jetzt gleich mal hin wieder rein hallo den falls du meinen bogen brauchst du erst beim hochschlopfen haben schon wieder vier ender perlen sehr schön welche jemanden keine pickaxt unten im handwerk in der handwerkskiste sind noch welche unten im keller ja die sind glaube ich gar nicht so schlecht technik wäre seit wann haben wir eine handwerkskiste ja die habe ich mal gemacht glas so wer gesteht so ein bisschen schwefel abbauen es müssten nämlich mit dem in julium ex gehen stahl pick die konzern einigen level diamond nämlich nämlich aber so hat shit muss ich mir trotzdem machen oder ist so hat shit ja das ist doch echt pibli kram so ich brauche nicht mal eine hat shit scheiß drauf ich mach das mit der hand handkantenschlag hier ja ich habe so ein fuhr en masse sehr schön ich glaube in der heutigen oder morgigen folge wäre es doch sehr gut möglich dass wir learning to skyblock abschließt doch wenn jetzt nicht irgendetwas ganz unvorgesehenes passiert wie zum beispiel dass ich sterbe oder sonst irgendwas alles im nether passieren zack 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 ja gut du bist auf dem nether unterwegs ja aber es rentiert sich halt auch weil ansonsten sulfur zu bekommen ist ganz schön für den arsch kann ich mir vorstellen stopp pulverizer muss ich ja würde dir etwas vorschlagen ja würde dir vorschlagen dass ich dir meine waffe gebe und mir selber ein millionium schwert mache ja mach wenn das für dich in ochtend ist ja natürlich ich brauche noch kein million ja ich hoffe mal dass ich es auch nie brauche aber man weiß ja nicht man weiß ja nicht die ganzen forest hives die ich hier hinstellen wollte verdammt äh wild über zwei stacks sulfur sehr sehr geil ok jetzt muss ich mal nochmal gucken wie das ganze da zu craften ist das ding nicht craften oh das ist bitter ja ich weiß redstone blaze powder redstone blaze powder ja sehr schön redstone mal ein stack wir haben wir haben über 70 redstone sehr geil oh sehr schön und dann brauche ich noch pulverized coal wie bekomme ich die denn haben wir sogar schon einfach normale kohle pulverisieren wo haben wir die denn wir haben schon welche in der kiste wo ähm hier am ende von der siebstraße da da haben wir pulverized coal meine ich da gesehen zu haben entweder da oder in der anderen kiste hier da nicht da auch nicht wo habe ich das denn gesehen mir war auch so als hätten wir schon welche kräftenden drin im haus ich muss jetzt ganz schnell erst im haus ja mach das mach das da ist ja noch fresh water oh cherry jelly sandwich nehme ich das ja hol der hol der ja hier ist übrigens auch noch ein schwert in meiner kiste kommst du auch nehmen ich glaube in meiner kiste oh da wären noch pickaxen gewesen ja aber die sind ja nicht so gut aber mir war auch so als ob ich schon diese kohle gehabt hätte decke auf sexen weiß ich dann ja ne den bitte nicht den bräuch für glück magie dann ist doch doch pulverized coal hier ist doch 19 super da habe ich die gesehen hast du jetzt das schwert geholt das ist definitiv ein schwer habe ich das brauche ich aber auch gerade nicht mich gerade erschrocken ich bin das loch von vom planter gefallen 12345 das kann ich dir nicht sagen es war im plan dass wir schon da brauche ich ja gar nicht weitermachen aber hier ist vor ist hier ist schon swamplant also brauche ich ja nur bis hier so ich mache hier trotzdem alles voller ja das sieht schöner aus hier hinter mcdonalds so ok weiter im text enderium ingot ich muss noch ein bisschen was für die ästhetik machen damit ich mich beruhigen kann shiny metal und zinn brauche ich dafür ok shiny metal eins zwei drei hier zinn 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 ach jetzt haben wir kein pulverisiertes zinn hier gibt es doch gar nicht Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Jetzt hab ich natürlich keinen Limestone hier. Ah doch, zwei. Wow. Genau, einen zu wenig. Kannst du higher machen? Ich bin grad weit weg von higher. Okay. Dann geh ich. Joink. Ich glaub, wir haben echt gleich alles zusammen. Geil, geil, geil. Dann muss ich hier aber eine Wand hochziehen. Oha. Aber das muss auch ästhetisch ansprechend aussehen. Ich sag's nur. Ich muss da eine Wand hochziehen, weil sonst verbinden sich die Bäume hier auf der Baumfarm wieder mit den Bäumen drüben vom Forest und dann wird der ganze Forest niedergemäht. Und darum muss ich eine Wand hochziehen. Oh, jetzt versteh ich das. Aber die sieht scheiße aus dann, die Wand. Das ist mir jetzt egal. Oh, ich klingst echt so ein bisschen lethargisch, oder? Oder? Ja gut, du bist direkt am Anfang der Folge gestorben. Das ist halt so extrem schön. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. So eine Drecks-Fucking-Creeper-Sau, ey. Bitte. Mann. Ausdrücke. Ich kann mich auch noch ganz anders ausdrücken. Ich kann auch meine Pickel ausdrücken, wenn du das willst. Nee, das ist egal. Nein, danke. Nein. Mann, ey. Ja, das hätte ich gerne. Das ist echt noch aggro. Verdammt. Hier, ich ziehe die Mauer hoch. Die Aussies können wieder zurück. Ey, du brauchst jetzt nicht rassistisch zu nehmen. Puno-Rise-Tin. Ah, okay, das ist ein anderes. Hier müsste reichen, das müsste reichen. So. Ja, muss bleiben so. Muss bleiben so, weißt du? Ja, ist gut deutsch. Ist gut deutsch. Mussum, mussum, muss bleiben so. Mussum, 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 Lini. Mussum, Lini. Ups. Kann man das essen? Klar. Wie war das denn gleich? Heuballen mit, ähm, Spiderwebs. Das habe ich doch jetzt. Nein, da habe ich runterfallen lassen. Äh. Nee, habe ich die. Ich gucke mal unten im Keller. Sonst muss ich, sonst muss ich den Dschungelbaum jetzt opfern. Kann ja, neun machen. Ist doch scheißegal. Dschungelbaum, Dschungelbaum. Do whatever. Ich esse gerne Dschungelbaum. Oh, 47. Sehr gut. Das ist echt geil. Oh, ich glaube, ich kann ja gleich deinen Helm geben. Oh, ja. Mein Sicherheitshelm. Wie oft habe ich euch gesagt, ihr sollt Helme tragen. Hä? Wie oft habe ich euch schon gesagt, ihr sollt Helme tragen. Sehr klug von Ihnen, Sir, dass Sie diesen Helm tragen. Kennst du das Zitat? Ja. Bescheuert. Ja. Oh, die Heuballen sind auch weg, verdammt. Ne, da muss ich mir heute Heuballen machen. Scheiße. Also Heuballen ist ja wohl das geringste Problem. Ja, aber ich muss sie holen. Oh. Hier, hole erst mal noch den Helm ab. Oh ja, ein Helm. Wo ist er, wo ist er? Wolltest du mir nicht dein altes Milium-Schwert geben oder dein Ardite-Schwert oder was das war? Ähm, ne, das war, was war denn das überhaupt? Also, Alumite, das kriegst du später. Okay. Wenn ich mein Milium-Schwert habe. Oh, da ist ein Stone-Tool-Rod. Hab ich gerade gesehen. So, dann kraften wir nochmal dieses Gedöns. Wie war das jetzt? Wo hatten wir unseren Weizen eigentlich? Äh, direkt beim, ne? Beim Fell? Wo ist er? Äh, ja, hier beim Fischteich ist doch Weizen. Ach so. Wo hab ich denn jetzt den Ender-Bucket drin gemacht? Ach da. Irgendwo Weizen gelagert, oder? Äh, hier in der Nahrungskiste. Wenn, in der Futter-Truhe, ja. Stimmt. Da ist ja eh mal die Dreck-Truhe. Lecker. Nein? Warum nicht? Oh, nicht viel. Reicht sogar schon. Locker. Ah, Enderium-Planet. Wie war das jetzt gleich? War das Einzel-Mesh? Ja, gut. Dann kann ich fünf Artificial Hives machen. Sehr gut. Dann hab ich nochmal fünf wieder. Und die werden hoffentlich bald zu Forest Hives. High five. High five. So, dann brauche ich Oak Saplings. Ah, schon. Oder soll ich einfach das, äh, 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 die sagen ja, man braucht nur Leaves. Dann nehm ich doch halt nur Leaves. Jo. Jede Menge. Da steht nur Leaves. Da hast du recht. Probieren wir das doch mal. Haben wir noch ein Grassamen? Boah, ich brauche immer noch ne Kiste, ey. Das hier geht gar nicht. Wo sind unsere Grassamen? Ähm, 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 du fragst mich was. Grassamen, Grassamen. Wieso die? Aber ne, ich mein, die waren doch hier in der Kiste, wo, wo aussortiert wird. Am Ende. Aber jetzt sind sie weg. Hast du mal in der anderen Kiste geguckt? Vielleicht hab ich sie irgendwann mal umsortiert. Ne, ist nichts drin. Vielleicht haben wir dann einfach keine. Oh. Wo sind sie gleich nochmal rausgekommen? Ich glaub beim Erden, äh, beim Erden von Siebe. Oder andersrum. Ganz sicher? Erde? Ja, Erde stimmt. Ja, oder guck einfach. Ja, ich war zu faul, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, komm. So, noch ne kleine Kiste machen. Zack. Boah, bin ich vor, wenn wir ein digitales Lagersystem haben, ey. Grassseeds. Ja, dann nehm ich mir noch ein bisschen Erde aus der Kiste. Schick mir zum 7. Zwei Stacks müssten eigentlich reichen. Die Chance ist 7%. Da müsst ihr ja statistisch gesehen gut was passieren. Ja, ja, ja. Fall, schwall, Wasserfall. Ja, ist aber so. Hm, hm, hm. Ist so, mein Freund. Hm, hm, hm. Guck mal, stecher. Oh, ja. Oh, ein schöner Durchgang. Oh, Mann, was ist das denn? Irgendwie ist mein Name verdreht. Ei, 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 vom ganzen Zocken. Oh. Hör dir auf. Nein. Was ist hier da los? Enderium Plant kann man gar nicht in der Schmelze machen. Dann muss ich wohl in den Redstone Furnace. Da geht's auch nicht. Ah, ja, stimmt. Induction Smelter war das, glaube ich, oder? Oh, wir haben noch keinen, oder? Doch. Wir haben einen Induction Smelter. Ja, du hast noch selber gebaut. Echt? Habe ich den gebaut? Ja. Gott, das muss ja im Delirium gewesen sein. Ja. Juhu, es geht. Sehr geil. Ach ja, das ist das Teil. Stimmt ja. Induction Smelter. Ja, damit habe ich ja Glas hergestellt. Harden Glass, was ich nicht brauchte. Genau. Wofür ist denn jetzt eigentlich der Tank? Ja, den brauche ich hier ab und zu. Ah, okay. So, Freunde der Nacht, würde sagen, wir müssen die Folge gleich hier beenden. Los, Kinzi, sag schon. Nein, hör auf. Hör auf, das gibt's doch nicht. Nicht schon wieder. Doch, doch, doch. Ich warte noch auf meinen Gras. Kinzi, wir könnten uns auch mal ins Haus in Sicherheit begeben. Ja, mache ich das auch. Wink, wink. Und du könntest auch mal deinen Helm anziehen. Wink, wink. Wink. Aber irgendwie sieht das voll cool aus, ohne Helm. Naja, lass mir das. So siehst du cool aus. Da sehe ich nicht so viel von deinem Gesicht. Los, komm rein in die Sicherheit. Schließe deine Türe. Nein, bleib, bleib, bleib. Nein, bleib hier drin. So, dann sag ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, also nächste Folge werden wir zu 99,9% Learning2SkyBlog abschließen. So, bam. Das ist mal eine Aussage. Und wen das nicht heiß machen kann, der hat halt Pech gehabt. Also, bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.